ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhafts technisches video sehr anspruchsvoll sehr viel technische information das heißt macht lieber wieder aus wenn das nicht euer ding ist nein spaß beiseite wir sind schon wieder bei der mistel angelangt wir haben ja vor einiger zeit schon ein mistel video hochgeladen und zwar das video wo dieser kampfbericht gezeigt worden ist also müsstet ihr hier noch mal in der verlinkung sehen und deswegen könntet ihr darauf klicken wenn ihr den kampfbericht noch mal euch anhören wollt was wir heute vorhaben ist tatsächlich der technische anteil also wer hatte die idee zu der mistel wie wurde das umgesetzt was hat alles überhaupt gar nicht geklappt wie wurden die probleme gelöst wie sind die steuerung wie war nachher die einsatzfrequenz wie waren die unternehmungen also da ist eine menge zeug zusammengekommen und das hat der nils natürlich aufgearbeitet nils ist ja sehr luftfahrt affin und er hatte auch wirklich viel ahnung von und auch einige sachen die ich dann beim einsprechen drei vier mal lesen musste wo ich sage habe ich jetzt nicht so aber dann nachher dann doch verstanden man musste auch ein bisschen drin sein ja sehr viel technische dinge die werdet ihr auf jeden fall gleich um die ohren um die ohren gehen hauen bekommen meine güte ich habe schon wieder ein knot in der zunge ja und auch das erste video für euch nach meiner augen op also ich habe hier meine augen operieren lassen müssen wegen meiner sichteinschränkung vorher war das ein bisschen zusammengeschoben jetzt ist das offen also keine panik keine schönheits op war medizinisch notwendig und jetzt habe ich den vollen durchblick und kann euch auch alle wieder sehen ja wie gesagt technisches video geht gleich los und jetzt für die die schon die ganze zeit warten auf das 100.000 abo special mega live gedöhnt kommt also wir arbeiten dran ich möchte ja auch da eine ganz runde sache machen das heißt ich möchte in dieses 100.000 abo live event auch viele sachen einbauen deswegen dauert es halt noch ein bisschen aber keine panik es wird passieren die 100.000 die kann uns keiner mehr nehmen oder wenn wir da werden wir schon noch ein fass aufmachen genau ja was bleibt mir noch zu sagen sollten wir oder der nils irgendwie was vergessen haben falsch dargestellt haben könnt ihr gerne in die kommentare schreiben und wenn ihr das tut dann schreibt wird auch die quellen dahin und ich sage es immer wieder weil immer wieder behauptungen die kommentare geschrieben werden die wir nicht nachvollziehen können das ist ein bisschen blöd wir wollen ja alles was lernen so genug fürs intro wir steigen jetzt ein in die technischen aspekte der mistel wie das ding gebaut worden ist wie es eingesetzt worden ist und alles was dazu gehört ich hoffe das holt euch ein bisschen ab und los geht's so dann gehen wir mal ran an das beethoven gerät oder die mistel vorab natürlich für die leute genau wissen wollen definition mistel der duden beschreibt eine mistel wie folgt auf bäumen schmorzende pflanze mit gelb grünen länglichen ledrigen blättern kleinen gelben blüten und weißen bärenartigen früchten so und wer jetzt genau wissen will warum die mistel auf bäumen als schmorzer sitzt und wie sie da hinkommt kann natürlich nur durch vogelkot passieren dass die samen sich da oben festsetzen gut machen wir mal einen ausflug in die geschichte also erste versuche mit fliegenden fahrenden gespannen wurden bereits 1905 unternommen als alberto santos dumont versuche machte um mit luftschiffen flugzeugen die lüfte zu erheben 1912 ich das flight magazine ein schreiben mit der frage wie lange es dann auch dauern würde dass luftschiffe flugzeuge gegen andere flugzeuge zu ihrer verteidigung mit führen würden als dann ende 1915 im ersten weltkrieg deutsche luftschiffe englische städte bombardierten wollten die engländer diese mit gespannen bekämpfen da die herkömmlichen flugzeuge zu lange brauchten um auf die höhe der zeppeline zu steigen wenn sie es denn überhaupt schafften erste versuche mit luftschiffen und flugzeugen darunter scheiterten allerdings versuchte sich john porte bereits seit 1915 damit ein gespannen aus porte und einer bristol herzustellen also porte das ist eine umgebaute curtis h4 und diese bristol ist eine scout c der gedanke dahinter war eine reichweitenerhöhung und um begleitschutz zu schaffen das gespannen hatte am 17 mai 1916 seinen erst flug und wahrscheinlich auch seinen letzten nach augenzeugen berichten löste sich die scout in etwa 1000 fuß höhe ohne probleme es soll keine zwischenfälle gegeben haben wahrscheinlich erfolgte dieser meilenstein für die gespannen fliegerei unoffizielle genehmigung und wurde daher von porte selbst klein gehalten das britische militär und auch die luftfahrt zeigten kein interesse daher dauerte es bis 1928 als erstmals ein patent für gekoppelte flugzeuge angemeldet wurde in den 30er jahren wurde die idee in großbritannien wieder aufgegriffen um transatlantik flüge für die post zu ermöglichen hierbei war der vorschlag von robert meyer der radikalste aber auch der vielversprechendste er wollte eine short s21 meyer so umbauen dass sie eine short s20 mercury tragen konnte beides vier motorige wasserflugzeuge und als gespannt für damalige verhältnisse geradezu riesig die meyer hatte eine spannweite von knapp 44 metern am 20 januar 1938 erfolgte der jungfern flug allerdings noch ohne trennung der beiden flugzeuge dies wurde am 6 februar 1938 erfolgreich durchgeführt und am 23 februar vor der presse wiederholt trotz dieser folge blieben presse und luftfahrtsministerium skeptisch es wurden bis 1940 einige postflüge und auch rekordflüge unternommen aber im ganzen blieb das projekt erfolglos auch in deutschland wurde in den 1920er jahren an der gespannidee gearbeitet hugo junkers reicht am 18 juli 1927 ein patent ein über eine flugmaschine die aus zwei flugzeugen besteht wovon sich die obere eigenständig von der unteren lösen kann das patent wurde am 26 februar 1929 erteilt und zeigte eine junkers g24 als tochtermaschine und eine junkers a20 als huckepackmaschine bei dieser version sollte das obere flugzeug dem schwer beladenen tochterflugzeug in die luft helfen um so mehr fracht mitzubekommen auch claude donier meldete am 6 oktober 1927 ein patent an über ein großes schwer beladenes tochterflugzeug mit trennbarem mutterflugzeug zur schuberhöhung beide konzepte wurden nicht weiter erfolgt ja dann kommen wir mal zu der idee die huckepack flugzeuge im zweiten weltkrieg zu nutzen also obwohl das mayo gespann wenig interesse in der royal air force weckte feierte die idee des flugzeuggespanns in großbritannien zu beginn des zweiten weltkrieges ein kurzes come back der grund hierfür war die focke wolf 200 als fernaufklärer und bomber zur see obwohl nur eine behelfslösung verrichtete sie zu anfang des krieges ihre dienste über der see äußerst erfolgreich und veranlasste die britischen führungskräfte darunter auch churchill zum umdenken im märz 1941 regte churchill die umsetzung eines gespannes aus hurricane und whitley bombe an scheiterte aber am generalstabschef der luftwaffe auch der vorschlag eine hurricane auf eine b24 zu setzen wurde mit der begründung der geringen erfolgsaussichten abgewiesen stattdessen hielt man es für erfolgreicher die focke wolf werke in bremen zu bombardieren damit sollte das konzept in großbritannien ein für alle ball vom tisch sein hofften die gespannt gegner allerdings gab es noch einen weiteren versuch um die britischen nachtbomber mit huckepack jägern zu schützen alle diese versuche wurden durch intrigen und zweifel im führungsstab der britischen luftwaffe abgeschmettert daher kam es nie wirklich zu ernsthaften konzepten geschweige denn erprobungen in diesem bereich anders verlief es bei der deutschen luftwaffe die schlechter werdende militärische lage ende 42 zwang die flugzeugindustrie zu neuen ideen federführend war hier die dfs deutsche forschungsanstalt für segelflug mit fritz starmer dieser wollte 1942 lastensegler statt wie üblich zu schleppen unter ein motorisiertes flugzeug hängen da es bei vielen schleppstarts der lastensegler immer wieder zu schweren unfällen gekommen ist zu dieser zeit muss auch die bezeichnung mistel entstanden sein erste flug versuche mit einer dfs 230 b2 als tochterflugzeug und einer klemm kl 35 fanden ab dem ersten september 1942 statt hierbei wurde das gespann mit einer u52 3m in die luft geschleppt dabei erwies sich nach der trennung vom schleppflugzeug der 105 ps motor der kl 35 als zu schwach er konnte das gespann nicht im horizontalflug halten trotzdem erfolgten trennversuche der beiden maschinen das haltegestell für die klemm bestand aus vier haltepunkten am lastensegler und hielt die muttermaschine an zwei punkten fest vorne war es ein drahtseil welches die kl 35 in seine federbeine zog und hinten aus einem einfachen Rohrgestell welches den hex sporn hielt alle trennversuche verliefen ohne probleme da die kl 35 zu schwach war wurde diese durch eine focke wolf 56 ersetzt hier mit 240 ps auch diese versuche verliefen bis auf den kritischen schleppstart ohne probleme die höhere leistung der focke wolf konnte das gespann auch in der luft halten nach einem unfall beim schleppstart und der überlegung dass das mutterflugzeug den lastensegler bis zur landung schützen sollte setzte man die focke wolf 56 durch eine bf 109 e dieses gespann konnte ohne hilfe starten alle diese versuche mit der dfs 230 erfolgten noch mit zwei piloten also je einer pro maschine das gespann konnte auch gemeinsam wieder landen dies sollte sich später ändern erste versuche das gesamte gespann von der bf 109 zu steuern zeigten dass die querruder unwirksam waren und das neue tragegestell problem beim trennen mit der dfs 230 machte beide probleme konnten bis auf eine gewisse trägheit auf querruderreaktionen gelöst werden Ende januar 1944 berichtete fritz starmer dass das gespann aus bf 109 und dfs 230 einsatz tauglich sei so kommen wir dann mal zur entwicklung der mistel in deutschland bzw beethoven gerät und dazu müssen wir noch mal aus einem undatierten datenblatt der firma junkers lesen denn hier hieß die missile offiziell beethoven gerät strich ausgesteuertes unbemanntes flugzeug für total einsatz so um die mistel entstehung deutschland zu verstehen blicken wir noch einmal zurück ins jahr 39 zu dieser zeit gab es bei junkers einen chef piloten namens siegfried holzbauer der die idee zu einer großbombe hatte die mittels flugzeug zum ziel gebracht werden sollte ähnlich dem prinzip der fi 103 nur mit strahlantrieb und aus eigener kraft ins ziel fliegen und dort detonieren sollte mit dieser bombe sollten großziele angegriffen werden wie zum beispiel kriegsschiffe die idee stieß bei der luftwaffe aber auf desinteresse wahrscheinlich wegen der anfänglichen erfolge gegen britische schiffe jedoch als holzbauer 1941 bei einem flug mit der u 88 die idee der mistel kam weil diese so sauber geradeaus flog und die erfolge zur see sanken konnte er das interesse der luftwaffe wecken im dezember 41 verfasst er einen bericht über das prinzip der mistel eine u 88 mit sprengstoff und als leitflugzeug eine bf 109 das entwicklungsbüro bei junkers stand seinem entwurf skeptisch gegenüber und bezeichnete den entwurf als zeitverschwendung im dezember 41 besuchte die durch pelz ein erfahrener und erfolgreicher stucker und kampfflieger die junkers werke pelz und holzbauer kannten sich aus einer gemeinsamen zeit bei daimler benz somit war es fast logisch dass holzbauer seinem alten freund mit der mistel idee vertraut machte dieser zeigte sofort interesse an der neuen methode zur schiffsbekämpfung und holte werner baumbach kommandeur in einem kampfgeschwader und schiffsbekämpfungsexperte mit ins boot baumbach wandte sich an diplom ingenieur horst lieder lux der zu dieser zeit als luftfahrttechniker und versuchspilot beim reichs luftfahrtsministerium arbeitete diese drei also pelz baumbach und lux unterbreiteten dem ministerium und göring ihre idee dieser zeigte sich wenig begeistert erlaubte aber weitere versuche in dessau die dann vom dfs unter fritz starmer durchgeführt wurden im sommer 42 wurde unter der führung der dfs bei junkers eine erste versuchsmistel gebaut und zwar aus einer ju 88 a4 und einer bf 109 f später als mistel 1 bezeichnet der jäger wurde durch zwei drei bein stützen am rumpf spannt also am 9 rumpf spannt das wäre unmittelbar neben dem fahrwerk und eine heckstütze am spornrad gehalten die drei bein stützen wurden bei der ju 88 jeweils am tragflächen vorder und hinter holm als auch im rumpf gelagert die hauptlast hatte der vorderholm zu tragen bei den schulungsmaschinen s1 s2 und so weiter waren noch beide flugzeuge mit piloten besetzt hierbei war bei der trennung der maschinen größte aufmerksamkeit geboten die obere maschine musste sofort nach oben gezogen werden da schon ein geringes absacken die luftschraube der mutter maschine das cockpit der ju 88 rasierte und den piloten tötete es gibt mindestens zwei bestätigte unfälle dieser art die trennung erfolgte über sprengbolzen wobei einer zuerst hinten ausgelöst wurde und die vorderen dann automatisch auslösten die leistung der beiden motoren wurden über ein gestänge das war ebenfalls absprengbar von der bf 109 geregelt zusätzlich gab es noch anzeigen für ladedruck und drehzahl diese wurden elektrisch an die tochter maschine übermittelt gesteuert wurde über eine dreiruder steueranlage pds die mittels potentiometer die steuerbewegung auf die elektrischen servoantriebe der ju 88 weiter gab sie erlaubte zwei stufen automatik und reiseflug um die steuerung zu vereinfachen also eine wirkung auf seiten und querruder 1943 wurde dr in fritz haba die leitung seitens junkers übertragen der als größte probleme die steuerung von der mutter maschine zur tochter maschine sah aber die gefundene lösung über steuerhebel und potentiometer überzeugte am 17 juni 1943 verfasste dann die dfs ein bericht über das mistelgespann aus ju 88 a2 und bf 109 f hierbei wurde eine einsatzreichweite von 1500 kilometer mit einer 3,5 tonnen sprengladung aufgeführt um dies zu verwirklichen sollte das tochterflugzeug also die u 88 um etwa 1500 kilogramm abspecken ausgebaut werden sollten erstens die öldruck anlage für die sturzflug bremsen zweitens die sturzflug abfang automatik drittens natürlich die bewaffnung viertens das funkgerät war ja auch nun keiner mehr drin und last but not least das bomben zielgerät weil das wurde ja nun auch nicht mehr gebraucht die gesamte masse wurde mit 16.000 kilo angegeben was sich in der praxis aber nicht verwirklichen ließ das technische herausforderndste war aber das anvisieren des zieles und die steuerung der abgekoppelten die steuerung übernahm wie beim autopiloten auch eine kreisel stabilisierende dreirudersteuerung flugrichtung und leitweg wurde in bezug zum horizont bestimmt bei wahrung der querachsen lage abweichung und störungen wurden durch diese anlage ausgeglichen die längs neigung wurde vorher vom piloten bestimmt das zielgerät war ebenfalls kreisel stabilisiert und kardanisch aufgehangen einmal anvisiert blieb das ziel im visier auch bei bewegten zielen hier oblag es den piloten nach dem einzelnen nur den richtigen vorhaltewinkel zu wählen die zielgenauigkeit lag bei 1000 metern bei plus minus sechs metern und ich meine das ist schon das ist schon ordentlich zielgenau ja was kann man daraus erklären jeder der ein gyroskop kennt kennt die darin wirkenden kreiselkräfte diese wirken natürlich auch in der kreisel stabilisierten automatischen steuerung fängt das flugzeug sich nach dem einzielen und dem einschalten der automatische steuerung an um ein oder mehrere achsen zu bewegen bleibt der kreisel trotzdem in seiner lage und kann in die steuerung der ruder einen gegenimpuls geben und somit das flugzeug wieder auf seinen anvisierten kurs bringen die treibstoff versorgung bekam bf 109 aus dem rechten äußeren tragflächentank der ju88 welcher über den tankanschluss für den zusatztank des jägers eingespeist wurden hierfür reichte die serienmäßige kraftstoffpumpe des bombers aus zum start musste das gespann geschleppt werden da der pilot vom mutter flugzeug keine steuerung für die bremse hatte im herbst 43 erlaubte das rlm also reichs luftfahrt ministerium den bau von 15 misteln aus den aufzeichnungen der dfs ging folgende technischen daten hervor also ideale einsatzhöhe 3 bis 5000 meter 1500 kilometer reichweite mit 3,5 ton ladung spreng kopf als hohladung das hatten wir ja schon die shl 3500 zerstörung von schlachtschiffen oder stahlbetondecken und die shl 3500 also die wir schon mal angesprochen hatten hatte eine sprengstoffmasse von 1700 kg damit der sprengstoff nicht aus versehen hoch ging gab es zwei sicherungen damit dies nicht geschah der aufschlag zünder war nach dem abkoppeln vom mutter flugzeug erst nach zwei bis drei sekunden scharf und die landeklappen mussten vollständig eingefahren sein beim zünder haupt ladung wurde der stachel der hohladung 1000 grad celsius heiß und erreichte die 20 fache schallgeschwindigkeit das reichte um 8 meter panzerstahl oder 20 meter stahlbeton zu durchschlagen die länge des rüssel für den aufschlag zünder konnte je nach einsatz in der länge variiert werden je länger er war desto größer die durchschlagskraft aber umso kleiner das gesprengte loch und umgedreht ende 1943 führte man statische sprengversuche am ehemaligen französischen schiff auch schon durch dabei durchschlug die ladung also ähnlich der shl 3500 zehn zentimeter panzerplatte 30 zentimeter frontpanzerung des turms die gleich starke rückenpanzerung also in summe 80 zentimeter panzerstahl und inklusive aller hohlräume von 28 meter bei versuchen an stahlbeton wurden 18 meter verwirklicht der einbau der shl 3500 wurde so einfach wie möglich gehalten und erfolgte mittels vier kugelverschraubungen sowohl bei abbau des cockpits als auch bei montage der ladung trotzdem benötigt man für den umbau acht mann einen kran und einen ganzen tag zeit am 9 februar 44 verfasste diplomingenieur rudolf zeigler vor der mustererprobung einen bericht an die dfs erstens steuereigenschaften des gespannt ähnlich wie u88 nur etwas träger zweitens starteigenschaften besser also durch das bestere leistungsgewicht drittens reiseflug plus 50 km h schneller als die u88 viertens problemloser flug bei ausfahren des motors das im gegensatz zu u88 bei der das wirklich problematisch war fünftens bis auf trendvorgang keine schwierigkeiten in der erprobung später zeigte sich aber dass die gesamtmasse der mistel auf 20 tonnen angewachsen war das lag sieben tonnen oberhalb einer beladenen u88 das fahrwerk wurde nicht verstärkt und das führte zu vielen startunfällen obwohl die mistel nur von betonierten pisten starten durfte reicht manchmal schon kleinste unebenheiten für ein fahrwerksbruch oder reifen platze aus letzteres wurde später durch reifen mit höherer tragkraft also 20,6 tonnen auf 23,4 tonnen verbessert ein einsatzbereites und gestartetes mistel gespann konnte nicht wieder landen einzige lösung war notfall war das abspringen des tochterflugzeugs dann erfolgte im februar 44 der erste flugversuch vor publikum in pennemünde west am steuer saß holzbauer selbst der start und der übergang in den reiseflug verliefen ohne probleme ziel war der mönzglitt ein 110 meter hoher kalksteinfelsen auf der insel mülln auf höhe rügen fing das gespann ohne vorwarnung an zu trocken holzbauer versuchte die ruhe zu bewahren aber es gelang ihm nicht die kontrolle zurückzuerlangen als die mistel in den sturzflug überging entschied er sich zur nottrennung diese klappte die bf 109 ging in den steigflug über und die u88 stürzte zu boden es gab eine gewaltige explosion der rauchpilz war etwa 900 meter hoch und in drei kilometer entfernten ort tiso klärten fensterscheiben und es blies ziegel von den dächern es gab keine personenschäden da die mistel der größten geheimhaltung oblag wurde eine terngeschichte von einem abgestürzten bomber mit ladung erfunden sogar nach deren besatzung wurde gesucht die es ja nie gegeben hatte später entdeckte holzbauer dass er versehentlich mit dem ellbogen die hauptlenkvorrichtung ausgeschaltet haben musste der nächste versuch vor publikum fand am 25 mai 1944 statt hierbei verlief alles planmäßig außer einer kleinigkeit das ziel wurde von der u88 verfehlt da sie kurz vor diesem in einen sturzflug überging trotzdem erkannte das reichs luftfahrt ministerium die einsatzfähigkeit dieser waffe an erwähnen sollte man noch dass ein britischer aufklärer vom typ moskito am 26 april 1944 zwei mistel gespanne in pennemünde fotografierte die luftbildauswertungsstelle wusste zwar was er dort ins netz gegangen war konnte sich aber über deren verwendung keinen reim machen kommen wir mal zu den einsatzplanungen und einsätze der mistel im april 1944 war die wehrmacht in der defensive und vermeldete rückzug um rückzug hinzu kamen hohe verluste bei den u-booten zur anhebung der moral und um zu zeigen dass die luftwaffe noch schlagkräftig ist sollte ein großes ziel angegriffen werden hier bot sich die mistel an als ziel kamen gibraltar scapa floh oder lenigrad in frage allesamt hefen die entscheidung fiel am 16 april 1944 auf scapa floh ernstere planungen erfolgten aber erst im februar 45 dazu dann später mehr bereits im februar 44 wurde die erste offizielle mistel staffel in nordhausen zur erprobung aufgestellt verlegte dann aber nach kolberg an der ostsee zur piloten schulung der eigentliche stützpunkt blieb aber in nordhausen als die alliierten im juni in der normandie landeten wurden erste mistel gespanne von nordhausen nach sandicier 200 kilometer östlich von paris verlegt und das zur bekämpfung großer schiffsziele am abend des 14 juni erfolgte die erste einsatzbesprechung ziel war die landungsklotte der alliierten fünf misteln sollten diesen ersten angriff fliegen davon wurden zwei sehr wahrscheinlich durch moskito nachtjäger die sie für ju 88 mit v1 auf dem rücken hielten abgeschossen weiteres ist über den einsatz nicht bekannt es gab auch keine bekannten misteltreffer nach und nach wurden weitere gespanne nach sandicier überführt am 24 juni 1944 ein angriff auf schiffe in der seine bucht geplant dieser sollte erstmals mit begleitjägern vom typ bf 109 und pathfindern also zielfinder vom typ u 88 s erfolgen der start erfolgte am gleichen tag um etwa 22 uhr diesmal gab es einen nahtreffer an der fregatte hms nith die zu diesem zeitpunkt schon als gefecht stand umgebaut war laut augenzeugen auf der nith gab es einen einschlag und eine gewaltige explosion ein anderer augenzeuge berichtete von einer explosion neben dem schiff bestätigt also eher als nahtreffer fakt war aber dass die u 88 die steuerbordseite eingedrückt und die gesamte seite mit granatschlitten übersät hatte so dass die gesamte elektrische anlage ausfiel das schiff rollte augenblicklich nach backbord es gab neun tote 27 verwundete bis ende juli war dies der einzige erfolg einer mistel am 10 august kam es noch zu einem erwähnenswerten zwischenfall als ein mistel pilot die orientierung verlor und sein tochterflugzeug über dem ärmelkanal richtung norden auslöste der pilot flog dann mit seinem jäger heimwärts die u 88 überflog aber den kanal und die küste und schlug erst in der nähe der ortschaft bindle ein die druckwelle soll einen mann beim pinkeln in drei meilen entfernung umgerissen haben allerdings konnte so erstmals ein mistel tochterflugzeug wenn auch nur kleinste trümmerteile untersucht werden mitte ende august 1944 musste sandys hier nach diversen bombenangriffen aufgegeben werden und verlegte nach rhein-main also nähe frankfurter main das geschwader flog am 27 september einen letzten einsatz mit vier misteln auf die rheinbrücke von nimwegen operation market garden der angriff war ein spiegel aller vorausgegangenen anjus versuche eine maschine musste abbrechen eine verflog sich und die beiden restlichen verfehlten ihr ziel ende november 1944 wurden die ersten mistel gespanne aus vocewolf 190 und u 88 erprobt es war durch den starken bmw 801 motor etwas leistungsstärker hatte aber das problem dass die jumo motoren der u 88 nur 87 oktan treibstoff brauchten jedoch der bmw motor 95 oktan da die erprobung vielversprechend verlief suchte man eine lösung und fand diese in der u 88 g1 diese verfügte ebenfalls über den bmw 801 und konnte somit sein mutter flugzeug mit treibstoff versorgen die mistel 2 war geboren gesamtgewicht hier 22,6 tonnen kommen wir mal zum unternehmen drachenhöhle anfang 45 wurden neue größere einsätze geplant durch luft aufklärung war es gelungen größere schiffsverbände darunter großkampfschiffe und flugzeugträger in skapa floh aufzuklären daraufhin entstand das unternehmen drachenhöhle fünf mistel 2 mit 12 u 88 und u 188 als zielfinder sollten von tierstrup in dänemark nach skapa floh fliegen und auf dem rückweg in stavanger solar also norwegen landen der anflug soll dem schutz der wolken erfolgen zur orientierung gab es markierungsbojen auf der nordsee nach dem angriff stiegen die focke wolf 190 auf 7.000 meter und landeten in stavanger soweit die theorie die hierfür benötigten maschinen sollten vom kampfgeschwader 200 aus burg überführt werden schon bei der überführung wurden vier misteln abgeschossen am 14 februar 45 wurde das unternehmen bis auf weiteres verschoben kurz vorher wurde der flugplatz jedoch durch zwei moskitos angegriffen der standort der mission war aufgeflogen die offizielle begründung des okl war aber der treibstoffmangel bereits am 16 februar wurde das fliegende personal nach burg zurückverlegt kommen wir mal zu dem unternehmen eisenhammer die energieversorgung und industrie im russischen hinterland war schon immer ziel des luftwaffen kommandos aber außer vereinzelter nadelstiche gab es keine nennenswerten angriffe zur zerstörung der energieversorgung gab es im juli 43 eine studie von professor doktor hermann steinmann das war ein fachmann für elektrische kraftanlagen und fernleitung im november 43 kam er dann endlich zum schluss dass man die günstige gelegenheit also die front möglichst nahe hinterland die energieindustrie entscheidend zu schwächen verpasst hatte eine entscheidung musste von höherer stelle getroffen werden steinmann gab aber nicht auf und so bekamen rüstungsminister speer davon wind speer informierte hitler über die studie ergebnis war das gehört im november 44 den befehl gab eine sonderkampfgruppe aus zehn he 177 zu bilden diese sollten ausgesuchte wasserkraftwerke um moskau herum angreifen und zerstören probleme an den motoren der he 177 welche die gesamte karriere dieses musters begleitete vereiterten den einsatz die bomber sollten dann durch die mistel ersetzt werden hierfür sollten 100 gespanne bereitgestellt werden was sehr optimistisch war zu diesem zeitpunkt existierten nur 15 misteln und nur die überführungspiloten waren ausgebildet im januar wurde dann das geschwader mit ausgebildeten piloten flugbenzin und misteln aufgefrischt zum einsatz kommen sollten neue mistel drei gespanne stehend aus der muttermaschine volkowulf 190 a oder f und als tochter eine u88 h beide mit dem bmw 801 motor ausgerüstet ziel war es den angriff in der vollmond phase also februar märz 45 auszuführen hierzu wurden die planung immer detaillierter dadurch verzögerte sich die operation inzwischen war schon mitte märz und die front weiter nach westen rückt daher sollten die muttermaschinen auf dem rückweg im kurland kessel landen der einsatz war jetzt auf ende märz verschoben worden am 29 märz durchbrachen die russischen streitkräfte die ostfront und einen tag später wurde die operation eisenhammer auf unbestimte zeit verschoben so dann schauen wir mal weiter und jetzt haben wir noch die einsätze gegen die sowjetischen weichsel neise und oderübergänge bereits am ersten märz 45 brach die nördliche ostfront zusammen woraufhin hitler den kommodore des kampfgeschwaders 200 oberstleutnant werner baumbach bevollmächtigte alle in russische hand befindlichen übergänge über oder und neise zu zerstören bereits wenige stunden nach dem befehl wurde eine einheit für den angriff auf drei brücken gebildet ziel waren die weichselübergänge von warschau deblin und sandomierz von burg aus sollten 14 mistel 3 starten allerdings verhinderte schlechtwetter den start am 2 märz zerstörten oder beschädigten jagdbomber zehn mistel gespannen burg somit wurde auch dieser einsatz vorläufig abgeblasen der nächste erwähnenswerte angriff erfolgt am 8 märz 45 auf die pontonbrücken und seilfähre über die neise bei görlitz er sollte geflogen werden von vier misteln ein paar bombern mit schütbomben und henschel 293 gleitbomben der jagdschutz bestand aus 18 jägern und vorneweg flog eine kleine gruppe ju 88 und 188 um vernebelungsaktionen der sowjets zu unterbinden eine mistel erzielte einen nahtreffer an der nordbrücke welche das mittelstück zerstörte eine weitere ebenfalls einen nahtreffer an der südbrücke welche auch das mittelstück zerstörte die dritte mistel schlug im westufer ein und erließ ein riesen krater über die vierte ist nichts bekannt laut russischem bericht traf keine der misteln ihr ziel sondern hinterließen nur große krater auch die rheinbrücken an der westfront wurden als mistelziele ausgesucht so auch am 25 märz 1945 die pontonbrücke bei oppenheim der angriff wurde wieder von burg aus mit vier misteln drei geflogen vorweg flogen fünf fahrtfinder maschinen zur zielmarkierung der start erfolgte um 17 uhr der anflug zum ziel dauerte zweieinhalb stunden leider ist nur ein zeitzeugen bericht erhalten dieser stammt vom mistel piloten alfred lief selbst dieser bekam kurz vor dem ziel ein flack treffer und musste die u88 ohne zielpeilung abwerfen der gesamte angriff war ohne erfolg aber das war noch nicht alles am 31 märz erfolgte von burg aus ein angriff mit sechs misteln 1 begleitschutz und zielfindern auf die oder eisenbahnbrücke bei steinau in niederschlesien drei gespanne mussten mit problemen schon vor dem einsatz umdrehen zwei trafen aber ihr ziel und beschädigten es stark dies wurde später durch die luftaufklärung bestätigt es dauerte mehr als zwei wochen bis die brücke wieder eingleisig befahren werden konnte am 6 april 45 griff eine unbekannte zahlen misteln eine oderbrücke südlich von stettin an und erzielte einen wahrscheinlichen treffer einen tag später gab es einen erneuten versuch also wie am 2 märz die weichselbrücken und ein sowjetisches hauptquartier bei tano anzugreifen hierfür standen je sechs misteln drei auf den flugplätzen pinnemünde oranienburg parchim und rechlin west bereit in summe reden wir hier von 24 misteln als 134 b-17 bomber parchim angriffen und dabei unter anderem vier misteln und die start- und landebahn zerstörten die restlichen misteln konnten dann wegen schlechtwetter nicht starten 21.30 Uhr sollten in oranienburg die verbliebenen sechs misteln starten wobei gleich die erste auf der startbahn eine kurve nicht bekam und diese blockierte die startzeit oder der startzeitpunkt war durch die verzögerung verstrichen und der einsatz endgültig abgeblasen am 12 april sollten vier misteln von pennemünde aus die eisenbahnbrücken von küstrin über die oder angreifen es schaffte aber nur eine einzige maschine den weg bis zur brücke der rest fiel direkt beim start oder kurz danach aus die verbliebene mistel löste etwa 600 meter vor dem ziel im sturzflug aus und landete einen bestätigten treffer vier tage später wurde die brücke endgültig durch einen ebenfalls bestätigten treffer zerstört am 27 april gab es einen angriff mit mindestens drei misteln auf die autobahnbrücke von küstrin hierbei wurde das westliche brückenlage getroffen zwei misteln bzw mutterflugzeuge kehrten von diesem einsatz nicht mehr zurück der letzte dokumentierte einsatz erfolgte am 30 april 1945 und richtete sich gegen die oder brücken von tanto und greifenhagen es kam vier misteln zu zum einsatz wovon nur eine einzige eine gezielte u88 auslösen konnte und ein wahrscheinlich unbestätigten treffer land konnte da können wir mal nochmal auf den anderen bericht den wir schon mal vorgetragen haben von dem leutnant ditmann verweise so leute nach so vielen informationen natürlich auch noch mal ein fazit bei all den vielen unfällen gerade beim staat bei denen die maschinen auch abbrannten ist nicht ein sprengkopf explodiert wenn feuer ausbrach brannten die sprengköpfe langsam ab der grund hierfür lag am hauptbestandteil des sprengstoffes der ekrasit mischung aus ammonium nitrat und pikrinsäure dieser ist unempfindlich gegen feuer erschütterung und feuchtigkeit zusammenfassend lässt sich sagen dass die mistel nur erfolgreich eingesetzt werden konnte bei ausreichendem jagdschutz das war 44 und 45 kaum noch gegeben aufgrund der erdrückenden luftüberlegenheit der alliierten und russen die ein oder andere stimme von personen die mit dem missile projekt vertraut waren oder sie flogen kritisierte den stümperhaften und zögerlichen einsatz der waffe an der westfront während der landung in der normandie statt 4 bis 5 misteln hätte man 4 bis 500 einsetzen sollen es hätten genügend ausgemusterte u88 und piloten zur verfügung bestanden ja und heute können wir sagen zum glück ist es nicht dazu gekommen ja und dann bleibt mir nur noch zu sagen am ende bei den ganzen projekten versuchen vergeltungswaffen wunderwaffen war auch hier die idee zu ende gedacht der einsatz problematisch die ressourcen nicht mehr vorhanden um das kriegsglück oder das ende zu in eine andere richtung zu lenken und deswegen denke ich mal interessantes projekt aber scheinbar nicht so umgesetzt und zielführend wie die luftwaffen leute sich das gedacht haben ja das soll es sein nochmal ein riesen lang an den nils für das zusammenstellen der ganzen information ich hoffe es hat euch ein wenig abgeholt und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die drei verschiedenen mistel typen 1 2 und 3 und über die einsätze und auch die technischen probleme ja wenn ihr mögt lasst gerne ein abo da ansonsten vielen dank für eure aufmerksamkeit bleibt gesund und auf bald dann dann